Berlin-Südkreuz ist ein spannender Bahnhof. In fünf Jahren werden wir wahrscheinlich schon ein paar wenige Autos auf den Straßen haben. Dafür werden immer mehr Leute auf dem Smartphone sich informieren, was die nächsten Möglichkeiten sind, mobil zu sein. Ob ich jetzt Carsharing mache, ob ich mein Fahrrad irgendwo ausleihe, ob ich Ridesharing mache, also einfach mit anderen Leuten mitfahre. Moderne Mobilität geht über das Smartphone, dass ich bestimmte Apps habe in Zukunft, die mir meine Mobilität organisieren. Die Gegend um das Südkreuz wächst, hier wird viel gebaut in den nächsten Jahren. Und wir laden im Prinzip Partner, Innovatoren, Leute aus der Bahn ein, hier ihre Ideen wirklich umzusetzen. Hier am Zukunftsbahnhof Berlin-Südkreuz entsteht die Mobilität von morgen. Auch nicht nur ein dramatischer Wachiamo 답bes. Und zwar Kapituto für eine Dortmunkin Südkreuz. Vielen Dank.